Willkommen zu Let's Speedruns von Mario Bros. Deluxe. Ich will das Spiel komplett durchspielen. Bis, ja, Welt 8.4, so schnell wie es geht. Maximum Zeit, halbe Stunde. Mein Ziel. Und mit... So, ja, so schnell wie es geht halt. So ungefähr, ja. Ich bin einfach da, weil ich bin immer da. All. Das könnte interessant werden, denn... Er muss sich ja konzentrieren, das heißt... Das ist jetzt mein Video, ich übernehme das ja alles. Ja, genau, halt die Füße. Diesmal bin ich nicht am ersten Sommer gestorben. Du denkst, ich schaff das nicht noch mal? Ich hab's fast geschafft. Nein, das war ja ein anderes... Das war, ähm... Was war denn das? Super Mario Land, oder? Du sagst, ich schaff das nicht noch mal? Ich hab's fast geschafft. Das Best of ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich kann mir grad deine Fresse vorstellen, so... Ja... Warum muss der das jetzt sagen? Muss ich mir ja noch mehr Arbeit machen. Hm... Na, jetzt heu lassen wir nicht. Wie gesagt, wir sind auf Speedrun, also sind auch hier... auf der Welt 4. Auf der Welt 4. Nein! Nein! Na! Wow! Skill! Ich freu mich nicht auf Welt 8. Ich freu mich nicht auf Welt 8. Erinnerst du dich noch an Welt... Fuck. Erinnerst du dich noch an mein allererstes Let's Play Welt 8? Was? Nein... Nicht mehr wirklich? Oh, nee... Meinst du das, was nicht mehr online ist? Ja, genau das. Achso, doch, dann schon. Schweif. Warum hab ich's gelöscht? Schweif. Ich weiß nicht warum. Das war so lustig. Schweif, das war aber... Ne, doch, das war das. Das war das Wirbel. Echt? Was hieß ich? Oh... Schweif. War so unlustig eigentlich. Ah, wir haben uns... Fanden das so lustig? Ja, weil wir dumm sind. Ne, weil wir im Kopf noch 12 Jahre alt waren. Hm, ja gut. Mal gucken mal, ob ich's schaffe mit irgendeinem Videobearbeitungsprogramm hinterher so'n Timer einzubauen und so, wenn's losgeht. Das hab' ich auch fast überlegt, hab' ich auch gedacht... Also, mit Camtasia? Also, ich mein' mit Camtasia krieg's nicht hin, aber... Camtasia kriegt mal nix hin. Richtig Camtasia. Hast du ein Glück, dass's kostenlos bist? Naaah. Also, indirekt. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Wie die Brotomalen-die-die-die-die-die-die-die-die-die. Ich und wir zahlen für irgendein Programm? Das wär' ja scandalous. Das wär' nicht ich. Das wär' ja skandinavisch. Was? Nein! Nein! Ich bin game over. Ich hab 13 Minuten. Ich bin game over. Ja, continue. Ich wollt' schon sagen, dir musst du doch nicht von vorne anfangen, Miguel. Lassen wir abeißen. Ja... Das wär' schluss. Oh! Nein! Ich bin ein Opfer! Ja! Ja! Masa-fucker! Nein! 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 Jetzt hattest du einfach nur Pech! Du liest? Was? Ja, ich seh' das! Bam! Nein! Ich geh' auch! Da oben ist doch bestimmt warflaun. Da wo ein bisschen wäre ... Geh mal rein, Fischung Fschung was?! So, die отно's gut So Fischung, UNBament Jetzt beginnen dieinhae Welt Ich dachte, schön! Die hintere war immer kacke. Okay, das war die 5. Ich hab grad Sahin gezogen. Cool. Dein linkes Mittelfeld, Silber. Aus. Oh, jetzt hört der Spieger. Das ist der echte. Ich hab Reifelshammer gezogen! Geil. Ich hatte auch schon 17 Schuss. Die Legende. Reifelshammer. Wenn sie sich jetzt ein, 二, drei, zwei, eins, jetzt, für 6 Minuten 20. Nein! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. in der Köln und ich kann mich auch an die versteckten Worten so wird achtelnden die 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 Monat ein Ohne Ape! Jetzt ist er gar nicht mehr, wa? Guck hoch... Vielleicht mal noch einmal... ...schafft! Das Video macht so nett, echt so viel Aufwand, weil wir Reifelshammervölner... Ne, ne, ich hab auch was halt geschrieben, 6 Minuten 20 Reifelshammer! Cool. Hahaha! Sehr aber gut. Ich würde eigentlich mit Facecam machen sollen. Ach ja! Das war echt auch egal. Hätte man eh nicht gesehen. Immer über mehr als Stunkeli. So fresher. Und es ist genau so eine Atmosphäre wie beim Horrorspiel. Was nicht mal großartig war. Der Pischer ist da! Oh Gott! Das ist der Pischer vom Dienst! Das ist der Pischer vom Dienst! Mh... Rot-Humale-Wiegel! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Ich komm an diesem Pischer vorbei! Pischer! ... Mh... Ich arschu diese Bastarde! Ah... 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 Ich werde durchgerissen! Da! Ah... Da! Nein. Komm hier hin, komm du Bischof, komm. Hm, komm du Bischof, Bischof, komm. Geh mal. Das wird glaube ich nichts mit einer halben Stunde. Ach, musst du denn eine Strafung machen? Ja. Ja. Ich werde mir schon mal eine überlegen, falls du es nicht schaffst. Geh killt. Dann fliege ich eigentlich Mario. Ich will mit Luigi bringen dir mehr Glück. Ha, getötet und selber gestorben. Wenn du verlierst, musst du Brotum-Ali machen. Das wäre doch mal was. Ha, 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 ha. Brotum, das ist ein D-d-d, ne? Halt, halt, halt! Du bist aber auch im Low manchmal. Ja, nee. Boah, das ist Kack-Level. Was meinst, der beschützendsten Level, ja? Oh, Statsche. Dünn, dünn. Oh, nein. 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 Das ist Level 1, 3. Mit Kugel, Willi. Mit Kugel. Mit Kugel. Mit Pedder mit. Mit Pedder. Mit Pedder Panski. Mit Kugel. Höh! 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 First try, bitch! BITCH! Tramme, bitch! Das ist ja die erste Karte! Hm. Ja, ja. Ha! 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 Höh! Ich hab mich vielleicht geschwommen. Hm. Geh ich gut weiter? Hm. Höh! Halbe Stunde, sagst du? Ja, ja, schaffe ich. Oh. Passend. Theoretisch hast du ja Zeit noch ne halbe danach. Also jetzt noch ne halbe Stunde. Na. Heute wird er lieber rum, aber... Oh ja. Was keiner anders ständig. Du schaffst das, Dilla. Ich blubbern riech. Gerade dann springt er hoch. Das ist aber ein... Das ist ein Krötenpuller. Ein richtiger Krötenpuller. Mhm. Kjetbild. Wann? Ja genau. Ich muss drauf zu Bowser kommen. Als Kind war ich... ... voll der Skill ein im Spiel. Na ja, dann wird das auch so. Ja, wirklich. Na, fuck. Naaaaaaaaaaaaaaa Ach, Luigi! Wie konnte ich das damals... Wie konnte ich das jetzt Play damals nur mit Luigi beenden? Wieso, da spielt sich doch nicht nur ein bisschen anders. Doch. Echt? Ich dachte, das ist nur in den späteren Teilen so. Nein, er rutscht, guck. Ach soooo... Ich dachte, das ist nur in den späteren Teilen. Dass er rutscht und höherspringt und alles. Er hat so eine Tollpatschi geben. Ja, höherspringen ist hier nicht das Problem. Luigi, dieser kleine Tollpatschi. Das ist genau so ein Klatschkind wie du. Ja, du... Deine Bitch ist nicht hier, Dude. Beziehungsweise Marios Bitch ist nicht hier gut. Ja. Ja. Ja, geh... 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 Kein modo! oh du bist du bist du bist Ja, ich hab ein Messie mit einem Messer. Kaffee, Stachy werfe eine Kanacke. Du Kanackenwerfer, du Spost, du Arschloch. Kanackenwerfer, ja genau. Nö. Scheiße, du musst jetzt Elfmeter schießen. Ja, ja, ich hab Messie wirklich als Endprogramm. Ja! Geschafft! Du bist aber ein nicer Beißer. Ach ne, siebte Welt, genau. Siebte Welt. Siebte Welt! Siebte Welt da ist, dass wir unter Wasserlevel bevor ich Angst habe. Jetzt 6-2. Ich hab' auch hier vorab, Björn. Ich würde schon mal die Bühne finden. Ich würde schon mal die Bühne finden. Ich würde schon mal die Bühne finden. Und da blieb nur 1 Sekunde, wenn man färgstellt. Wir sind voll gemein. Warum? Die fallen alle in die selbe Ecke wie ich. Ich würde schon mal die Bühne finden. Wow, er schiebt 5-5. Wer ist das denn? Ich schiebte Weltmeter, schiebte mal. Ja. Jetzt muss ich halten. Jetzt muss ich halten, sonst bin ich raus. Unten rechts. Bin ich hingesprungen. Oben, links. Hehe. 6-5 verloren. Naja, egal. Und trotzdem mein Geld. Ich schaff das, ich schaff das. Ja! Fast try, bitch? Ja, bitch. Nice, bitch. Bitch, ja. Noch 1 level und 6,3. Nee. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Das ist das Level mit... Deiner Mut. Ich glaub ich schaff das nicht einmal. Echt? Ich dachte das war bei Lost Levels. Nein. Er hat mich. Du hast jetzt das Pest-Off gemacht. Glaubst du schaffst das nicht nochmal? Ja. Du hast geschickt. Ich glaube das schaffst du. Ich bin gespannt. Komm Speedrun. Ich schaff das. Du schaffst. Du schaffst. Ich schaff das. Du schaffst. Du schaffst das. Ich glaube nicht. Das kann man als Challenge-Time durchgehen lassen. Das kann man als Challenge-Time durchgehen lassen. Ja, nur dass du's wieder nicht schaffst. So, alle, die jetzt Schellenstein gucken wollten, hab ich euch jetzt gespoilert. Okay, jetzt mal. So. Und jetzt genauso oft bei sowas wie ich. Hey, lass mal raten, Digga. Ja, nur lass mal raten, Digga. Feinlich halt. Komm, was du machen? Vor allem, wenn man vorher noch meinen. Ich gewinn der Arsch. Ja. Das ist ja nicht mal draußen, während wir das aufnehmen. Und wenn wir das aufgenommen haben, ist es schon seit drei Monaten oder so draußen. Merke dir 2040 einfach. Warum? Merke dir einfach. Da muss ich... ...einen Fail vergrößern. Okay. Also, das wird nichts. Ich werde nichts. Guck. Ich hab noch neun Minuten. Außer... Was verrat, du? Was verrat, du? Was verrat, du? Was verrat, du? Schon wieder dieses Level fickt mich. Das war ein Glitch. Das war ein Glitch. Glitch. Nein. Glitch. Ich trug. Sag ich an. Das muss ein Soundboard von mir machen. Alter. Was ist das? Was ist das? Nein! Was ist das? Du Tag. Du hast du gar nicht mehr. Was ist das? Ich schau. Du hast das. Das ist ein Kack-Level, Alter. Das ist der Teufel! Aber am Ende kannst du einfach nur dieses Level aufnehmen, wie du das spielst die ganze Zeit. Du das in 30 Minuten schaffst. Nein, ich fresse! Wer muss der jetzt sagen? Luigi, du bist beurlaubt. Ich sag, du bist beurlaubt! Okay, let's to show. Luigi, du kriegst kein Geld, wenn du das jetzt nicht schaffst. Keine Fan-Miles! Nee! Nee! Dann geh ich mit Mario jetzt zum Pizza-Place. Luigi's Pizza-Place. Mario, du bist befördert. Was schafft? Ja, mit Mario schade. Nice! Ich hab mich immer noch genau an die erste Begrüßung erinnern. Ja, hallo? Oder ist ja irgendwie sowas? Äh, ich weiß nicht genau, was du gesagt hast. Okay, jetzt schade ich meinen Let's Play-Tools. Schade ich mit Mario! Schade ich meinen Let's Play-Tools! Glücks! Bitch! Ich bin einfach so voll du... Und ich... Und ich... Das ganze wäre selber die ganze Zeit dabei sein. So richtig dumm! Ich kill dir. Mario, du kriegst eine Beförderung, ja? Ich auch? Vielleicht. Also die Challenge mit einer halben Stunde für das Level hättest du geschafft. Schön. Bitch. Kindisch... Baddaba, derba, 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 dieba... Es gab wieder 13 Cores?! enduring.. ACSSI! Der muss ja jetzt sein... Oh nein... Feidiger. Oh, das ist ein Krackpartner. In.. welcher Welt ist das? الإ'd der? Ok, das erklärt's. da noch 4 minuten hier oben nötig wenn wir die 1 minuten die achte Welt erreicht haben auch geschaut solche Pro die achte Welt schaffst du solltest wenn sie in die achte Welt kommt und das ist auch geschaut wo ich nicht davon ausgehe, dass ihr in der 8. Welt kommt, Sigmund. Was ist das denn für ein komischer Cup? Ey, ich kann aber auf Arsenal treffen. Die spinnen gerade gegen Chelsea. Oh nein! Nein! Hehehehe Ich hab noch dreieinhalb Minuten. Naja, eigentlich nur noch vier Minuten, weil es... halbe Minute ungefähr war ja noch gelabert. Mhm. Das Problem ist, ich werd's nicht schaffen, weil er unter Wasserlevel kommt hier nach. Mhm. Hallo. Ich bin da! Das war kein Treffer! Betrug! Betrug, das zeig ich an! Nein! Nein! Zeig ich mich nicht an! Nein! Ist aber nicht! Ich zeig mich an! Aber du ist auch nicht! Ich bin halt nicht. Ich glaub da wär was drin. Kann dieser Kumpel, von dem er sich verpissen? Kann dieser Kumpel, von dem er sich verpissen? Ich hasse die siebte Welt! Genau so wie die achte! Ähm... Betrug! Nein! Ich hasse's! Da spricht der wieder runter! Und ich predigte es! Weil ich geil bin! Es war klar! 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 Es ist... Ich ändere mein Ziel! Ich will es unter Wasserlevel schaffen! End! Ende! In 30 Minuten! Es wird wohl machbar sein, oder? Ja! Was schaffst du denn auch, Störte? Hm? Bollier! Arsch! Zwacht 여기에 die nie mit dere Linz! UltimateModeling! Du musstest Spam-First-Try schaffen, sonst hast du sowas von verloren. Jetzt gehen wir mit der Endscreen. Ich bin bis Welt 7 2 gekommen. Nicht geschafft. Ist aber nicht schlecht gewesen. Ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich das nur so durchs erste Level geschafft. Weil ich mit dieser Steuerung kein bisschen klar komme. Ich hasse es. Du hast auch noch mit Luigi gespielt. Teilweise. Bestrafung kommt in einer Stunde nur damit das wird klar. Bestrafung könnt ihr euch überraschen lassen. Ihr werdet schon sehen, was das ist. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tönei. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017